Halbfinale, Elmar Schlang, Spielvereinigung Erlangen gegen Falker Scheifert, SPS Erlangen. Falker ist platt. Komm! Platt, platt, platt. Das hat sich in dem letzten Spiel angeboten. Und das sind so typische Bälle, wo man sieht, er kann nicht mehr, er kann einfach nicht mehr. Ein Mann, der zu viel raucht, zu viel trinkt. Eigentlich hat er eine Bärenkonstitution. Sehr muskelös, aber die Zigarette. Und der Alkohol und was er sonst noch so typisch nimmt, das weiß man nicht. Er ist platt. Technisch überlegen, das sah man in den Sätzen, die jetzt nicht auf Video sind, ganz deutlich. Aber platt. Das war wieder so ein halber Schritt, mit viel Glück, dass dieser Ball überhaupt über den Tisch tut. Aber das sind alles Probleme.